Ich war dabei sehr cool. Eigentlich wollte ich Nick treffen. Nein! 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 No. Vor allem Duramboros ist ein Pflanzenfresser. Keine Ahnung, warum mir ausgerechnet das als erstes eingefallen ist. Oh ja, muss man ausnutzen. BAM! Au! In Wirklichkeit hatten wir Mati und Angst, dass wir im Vormittag ein Video attacken. Ach, das stört mich nicht. Nein! Oh shit! Ich lebe noch! Na, hier wird nicht aufgeladen. Was mein Highlight war, war, ähm, es gab ein Argument gegen Steve, wo jemand, wo es hieß, ja, aber mit Steve im Achter Smash, das kann doch gar nicht gehen, während er das Ding ins Auflädt. Wo ich mir auch dachte, hallo, Steve ist nicht der einzige mit einem Aufladen. Dirk Samus, also Samus und Inkling und so, ne, die haben ja alle so Aufladequatsch. Also von da ist das Argument schon mal da sehr schwach. Und Achter Smash ist auch ehrlich gesagt, müsste die Kerne auch sagen. Weil, wenn ich überlege, wie oft, wie viele Spiele haben ich damals gemacht habe. Und wie viele wirklich mit acht Leuten zustande kamen. war schwer. No. Oh, böse Combo. Nice. Na, Haribo, was war das denn? Oh, was war das, Haribo? Nichts Gutes, ja, das habe ich gesehen. Das war sehr enttäuschend. No, nicht der Roller. Na, ich komme wieder raus. Irgendwas um die drei. Ja, du bist 220 oder so, okay. Und du bist 200. Ja, gut, ne, ich glaube 50 aufholen, das schaffst du. Das schaffst du. Wenn du jetzt überlege, jetzt ist erst mal so Richard dran. Ja, jetzt ist erst mal so Richard. Dann kommt noch ein neues Spiel. Dann kommt Dark Souls. Dann Diablo. Dann müssen wir uns an der Dauer. Klassische Nintendo 64, Dingens Map. Zelda geht immer. Das ist so leid, ich habe Nick als Schild verwendet. Das war gemein. Also, ob ich die in diese komischen Dinge ins Bein laufe. Oh, das ist ja so. Ué, Sabbat Mohammed. Komm her her, Arribour. Oh. Ich höre nicht. Der sollte auf Arribour gehen. Ah, verdammt. Er ist einfach übergesprungen über meine Kugel. No Oh, jetzt hast du das gar nicht genutzt Als Haribo noch lebt, ey Nein, falsche Richtung Oh, ich hätte voll nicht wegschießen können Hab ich nie gemacht Ey, Haribo lebt immer noch Wahrscheinlich lebt Haribo so lange, weil er sich nur selbst umbringen kann Nein, oh wie gemein, gemein Bye Haribo Ich sag doch, Haribo kann sich nur selbst umbringen Das macht mich immer traurig, wenn Haribo sich selbst umbringt Ach, goddammit Aber gut, da war ich im Boden Woah Ich sag doch, ich sag doch Ich sag doch, ich sag doch jetzt habe ich das nicht genutzt haribo rauszuhauen jetzt bin ich aber haribo ich habe kein doppelsprung mehr ärgerlich jetzt habe ich da einmal runter gefallen bin wie ein sack kartoffeln hilft dir bei mathe und du verhaust ihn einfach für die hilfe ja es ist halt der ansporn ich helfe ihnen besser ein smash zu werden das ist so mein austausch das ist ein training ich helfe ihnen auf seinen wege der gefahren sich gegen gegner zu stellen die halt gemein sind wenn man weiß ja nie wann er plötzlich einen bösen smash brothers gegner vor sich hat und dann kommt der kampf der kämpfe und er ist vorbereitet mein schüler nachkommen dieser blöde rolle wenn ich seit einer stunde da wollte er darum und trifft mich trotzdem wenigstens habe ich ein bisschen farbe aber ich habe mich doch schon gegrüßt neno du kamst doch vorhin schon rein meine ich neno hast du schon mal hast du schon was mehr spaßes gespielt dann hast du schon mal mein kopf gespielt ja macht nichts nein nein das kannst du immer gewinnen lassen ne gewinnen lassen so ist es nicht das ist so als würde haribo meine aufgaben lösen ok er löst meine aufgaben aber ihr versteht die botschaft er muss ja irgendwo muss ich die ja mit muss ich mitdenken du wirst auch so mein kopf kini jetzt bisschen am morgen als kini nein meine beine sind länger als deine da dein bohrer das bin ich von gar nichts ein kiri ja das stimmt wobei aktuell ist mehr so sonne sondern eigentlich ich habe kein doppel schwung ist nicht aktuell spongebob ich habe dann twitter gedönst gelesen ich habe mich auch gefragt was ist los mit dem jungen ich habe gesagt hat auch von spongebob es wird nur noch nicht nein gemein ich habe gesagt ich habe ihn wieder die ich kann cook wirklich nicht nicht ich kann nicht ich kann ich kann ich kann fliegt also ich weiß ja nicht wie du das handhabst aber ich möchte wenn schon ehrliche siegen haben ja genau so setzte spirit selbst das bild wenn ich ihn trotzdem mal gewinnen lasse dann ist es ja trotzdem kein ehrlicher sieg dann muss ich das ja schon verdienten und dann ist ja so also ich finde das gut wenn wenn haribo sich seine siegel selbst verdient weil dann wenn er gewinnen sollte dann kann er wenigstens noch stolz sagen das hat er geschaut von alleine geschafft der der folgreich triumphiert joshi und gerne doch noch meinen schönen guten schluck vier sich erst oh gemeinde kombo nice nick da haben wir den zusammengearbeitet ja 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 sagen wir sehen zwischen ein bisschen eine zusammenarbeit gegen haribo Okay, das war diesmal die Teamwork gegen Nick. Nice. High five. Hier. Bam. Schade. Oh, wir gehen mal ins Kling. Oh, wie gemein. Ich muss hier Haribo noch mal raushauen, ne? So. Jetzt ist es ausgeglichen. Oh no. Oh, das war gemein. Es tut mir nicht leid für den Spike. Oh, Nick, was machst du da? Nick, was machst du da? Fahrkartenkontrolle. Oha. Aber zum Glück nicht so schwarz gefangen. Verbindung nicht ganz so gut. Naja. Schade, schade. Oh, ihr könntest niedriger steilen. Das ist auch sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr schön. Immerhin etwas. Ich soll ganz einfach runterrollen. Das habe ich gesehen, Nick. Ich weiß nicht, ob das der Plan war. Aufstehen. Aufstehen. Ob du einen Witcher sehen kannst? Aber das muss jeder selbst wissen, ne? Ist halt ein Spiel ab 18. Wer nicht 18 ist, sollte zumindest nicht zugeben, dass er nicht 18 ist. Außerdem ist es blutig und... Ja. Blutig. Bedeutet, wäre dann da, glaube ich, vorbei. Ich muss gestehen, die Grafik ist halt... Ist halt nicht ganz so ernst zu nehmen, muss ich gestehen. Es ist so, als würde Mario richtig auf Hardcore werden, so. Horror Mario, ey. Ey, was soll das? Ich habe die extra Haribo hingehalten. Nein! Oh, whatever dann. Nein! Nein! Nö! Nö! We're woanders hin! Bei... bei Nick! Ich räche dich! Wahrscheinlich weiß ich das, aber... Trotzdem, sind immer die Anderen. Das war lustig. Das war lustig. Nein. Schade. Nein. Die wird nicht. Bei Haribo. Bringt nichts blödes Internet. Äh, ist das so schlimm? Oh, ärgerlich, ärgerlich. Ich hoffe, das funktioniert nochmal mit der... Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie im Laufe der Zeit das Internet besser funktioniert. Einen Match machen wir noch. Einen Match machen wir noch. Bin das fertig geladen. So, final round. Zu Broly. Wer ist ein Broly? Brokoli. No. Ö. Ich hab's geladen. Nein. Wir können noch mal ein Schwann für balances Verrückadeheiden. Ja. Tschüss. Ich bin... Oh, nix, weg, bam. Und jetzt einmal quitz. Nein, ich hab nicht, oh, zu kurze Arme, ich wollte Haribo verhauen, aber ich hab's nicht hingekriegt. Hahaha, nein, egal, das sah lustig aus, das sah gut aus. Oh, mein Ding ist gut abgebrochen, mein, mein, mein Up-Special, wie gemein. Bam. Boop. Boop. Entschuldigung, Nick. Oh, zum Glück in die andere Richtung, ey. Sonst hätte Haribo mich vorausgehauen. Und dann wird Haribo führen. Wahrscheinlich, na, oh Gott. Okay, vielleicht doch nicht. Oh, Nick, no, willst du hin? Ah, ich wollte ihn spiken, aber es hat nicht geklappt. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hahaha, oh, das war auch gut. Wurde Matti vermöbelt? Ähm, ne, ich habe gar nichts gemacht. Die bringen sich immer selbst um.